Hallo Leute! Willkommen zu diesem Video. Wir müssen mal kurz noch eine Einleitung machen zu unserem Captiva Video. Obwohl wir schon fast wieder weg sind. Oh ne, es kommt ne wieder. Nein! Nein! Willkommen auf Captiva Island Leute! Hallo! Hele möchte auch unbedingt dieses Video. Leute! Wir müssen zwar schon fast wieder weg, aber dieses Video kommt trotzdem erst jetzt. Bye, 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 bye! Willkommen im Island bzw. Willkommen im Paradies. Wir gehen nämlich jetzt in den Battle-Boo-Run. Dann bin ich in die Kamera gehalten müssen, dann lass es einfach sein. Hallo! Da ist ein Gefängnis, da gehörst du raus. Jetzt geh ich da mal rein. Jetzt geh ich da rein. Willst du noch mal rein gehen? Jetzt geh ich da voll krass rein. Dann mach dir mal ein Foto von dir. Tschüss! Ja Leute, ich bin jetzt gefangen und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns irgendwann anders mal wieder. Wir gehen jetzt zum Bay. Ich dachte mir so ein bisschen ausklingen mal den Abend lassen. Und dann dachte ich mir so, yo, komm, nimm es einfach mal noch euch mit. Weil ich habe letztens schon mal vorbei gefilmt, aber da war irgendwie, keine Ahnung, es war alles so ein bisschen hektisch und sowas. Und dann habe ich, glaube ich, auch irgendwie noch das Video gelöscht sogar. Das kann natürlich auch noch sein. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich gleich doch, ich bin der Kopf hier anrennen. Ich wollte eigentlich mal kurz alleine hierher. Aber das geht ja nicht, weil man im Urlaub ist. Deswegen chill ich mich jetzt hier auf den Steg. Ich drehe mal gerade um. Ich mache hier mal so einen wunderschönen One-Taker. Im Moment ist Ewe. Aber das macht ja nichts. Und ja, da kommt Domi, wie ich es euch gesagt habe. Weil man kann ja hier nicht mal 20 Sekunden alleine sein. Das wäre ja zu viel verlangt. So Leute, hier vorne, da ist der National Park. Oder jedenfalls ein paar Ausläufer vom National Park. Ich muss nicht eigentlich reinspringen, damit ich da hier raus höre. Nein, Schade. Ich chill mich jetzt hier schön hin. Hier sind auch noch ein paar Seekühe und sowas. Da drüben ist noch ein wunderschönes Hotel. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass es gerade anfängt zu regnen. Jetzt will man sich hier einmal hinsetzen. Domi, es regnet. Jetzt will man einmal hier mal schnell irgendwas filmen und dann fängt das hier an zu regnen. Alter, das ist jetzt echt nicht geplant, Leute. Ich habe hier gerade einen wunderschön One-Taker eigentlich. Weil ich habe ja letztens das Video gelöscht von dem Bay und jetzt muss ich das eigentlich nochmal neu aufnehmen. Und jetzt fängt es einfach hier krass an zu pissen, Alter. Ich gehe jetzt rein. Wir gehen hier durch den Pool. Pool-Area, Pool-Area. Ja, scheiße. Hilfe. Jetzt habe ich gerade noch so schön die Linse noch sauber gemacht. Dann gehen wir mal wieder rein. Alter, wahrscheinlich. Hier ist unsere Einfahrt, Leute. Es ist hier regnet. Boah. Jetzt muss ich aber noch kurz meine Füße noch sauber machen. Jetzt habe ich meine Hose sauber. Nass gemacht. Scheiße. Alter. Wenn meine Hose ist jetzt nass, kann ich mir direkt nochmal neue Hose anziehen, ey. So finober. Achtung. Mitte, beλά. move' Aufpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017